Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aero ECS Video Podcast. Mein Name ist Luca Tripodi, ich bin Business Development Manager für Kaspersky und mit mir begrüssen darf ich heute René Bottmer, Corporate Account Manager von Kaspersky, Österreich und Schweiz. Hallo René, schön dass es geklappt hat. Sorry Luca, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht gerade am Anfang für unsere Zuhörer und Zuschauer, möchtest du dich vielleicht mal vorstellen, mal sagen, wer bist du und was machst du genau bei Kaspersky, was ist dein Spezialgebiet? Ja, ich bin René Bottmer, bei Kaspersky verantwortlich für das Corporate Geschäft, das Enterprise Geschäft, also Grosskunden, für ein Threat Intelligence Projekt und für Industrial Security Projekte. Ich bin verantwortlich für Schweiz-Östreich, wie es du schon erwähnt hast. Ja, okay. Enterprise Corporate, das bedeutet bei euch, bei Kaspersky? Enterprise definieren wir in der Regel ab 1000 Nodes. Jetzt ist es aber so, dass im Threat Intelligence auch kleinere Kunden, die aber die Bedürfnisse haben, die Anforderungen haben, ebenfalls durch mich betreut werden. Okay. Was bedeutet dann Threat Intelligence, also wenn ich jetzt ein Kunde, eine Kundin bin, von Kaspersky, was sind das für Lösungen und was bringen wir die? Was ist der Vorteil von diesen Lösungen? Ja, normalerweise bist du jetzt vielleicht ein Kunde, der Endpoint von uns schon einsetzt, seit Jahren einsetzt. Vielleicht machst du irgendwann den nächsten Schritt und sagst, ich muss mehr Analysen betreiben, ich gründe ein Security Operations Center, sogenannte SOC. Und wenn du so eine SOC hast, dann hast du in der Regel Analysten, die Vorkommnisse analysieren. Und zwar auch Vorkommnisse, die dich vielleicht noch nicht betroffen haben. Also du willst dann, ich vergleiche es mit einem AWX-Aufklärungsflugzeug, du willst wissen, was in dieser Hemisphäre passiert, an Threats, also an Cyberangriffen. Und du willst es möglichst früh kennen, bevor es dich vielleicht wirklich trifft. Oder du willst Hinweise haben, deine Branche ist betroffen. Und jetzt kannst du von uns, unsere Data Feeds, da gibt es einen ganzen Bunch von verschiedenen Feeds, Du kannst aber auch Reports haben, Reports, die man spezifisch auf dein Unternehmen erstellt oder auf deine Branche. Und dann hast du vielleicht nicht nur noch als Zulieferant von solchen Erkenntnissen, hast du vielleicht noch ein, zwei weitere. Und kannst dann korrelieren und sagen, ich sehe ihn über die verschiedenen Feeds, die und die Bedrohung, die könnte mich selber bedrohen. Und du kannst frühzeitig agieren. Okay. Okay. Wenn ich jetzt hier wieder zuhose, ich denke, das ist spannend, was müsste denn für ein Kunde sein, dass ich sage, okay, dann lohnt sich das. Dann könnt ihr jetzt so Feeds zum Beispiel beziehen. Was sind das für Wunschkandidaten in dem Sinn? Also Wunschkandidaten in dem Sinn gibt es nicht. Beziehen kann dich jedermann. Aus meiner Warten aus ist es so, dass du als Kunde von Threat Intelligent Services musst in der Lage sein, diese Analyse zu fahren. Also es bringt nichts, wenn du eine Fachleute hast, die wissen, wie man mit diesen Erkenntnissen, mit diesen Daten umgeht, wie man sie ausliest und interpretiert. Es hat eine Phase gegeben, in der viele Unternehmen Socks gründen, zu bauen, haben dann festgestellt, dass die Fachleute gar nicht am Markt finden. Das andere Handicap ist, wenn die Fachleute wirklich findest, dann muss das für dich auch spannend bleiben. Das heisst, wenn bei dir im Unternehmen nie etwas passiert, wird es denen wahrscheinlich gleich langweilig, die suchen sich das nächste Ort, die sind dann relativ teuer. Da gibt es andere Varianten. Eine Sock macht nicht nur für ganz grosse Sinn, aber ich denke, Grösse ist ein Thema und wie kritisch das Business ist, wo die sich drinnen bewegt. Ich kann es von diesen zwei Faktoren abhängig machen, ob es überhaupt Sinn macht, selber eine Socke aufzubauen oder eben Services zu beziehen. Okay, okay. Und jetzt bin ich zum Beispiel genauso jemand, der es eben vom Aufwandertrag, sage ich jetzt mal, vom Kosten- und Nutzenrechnung, sage ich jetzt mal, rechnet es sich nicht selber, ein Sock zu betreiben. Hat doch Kaspersky irgendwelche Lösungen im Petto? Man kann sagen, mit denen ist auch denen geholfen, mit denen kann man auch ihnen die Bedürfnisse an mehr Sicherheit, die sie dann haben, mit Threat Intelligence eigentlich stillen. Ja, dem kommen wir entgegen. Und zwar ist Kaspersky, wenn ich es unten immer noch anschaue, ist es eigentlich ein Riesesock. Okay. Wir haben 45'000 Mitarbeiter weltweit, sind wachsend, auch in diesen Zeiten. Und ein grosser Teil von unseren Mitarbeitern sind tatsächlich Analysten. Und wir bieten Services an, wie MDR, also Managed Detection and Response, oder XDR, wo wir eigentlich die Aufgabe übernehmen für den Kunden. Okay. Unterschiedlich ausbauen, selbstverständlich. Es gibt verschiedene Flavors, wo man kann buchen oder kaufen, über unsere Partner auch. Man kann auch Hybrid anwenden. Das heisst, wenn man kleine eigene Kompetenz hat, oder unser Partner hat eine gewisse eigene Kompetenz, dann kann man diese ergänzen mit unseren Fachkräften. Wir analysieren, einerseits vollautomatisch, andererseits kommt aber immer der Mensch noch mit ins Spiel. Das heisst, wenn wir vollautomatisch etwas erkennen, wird das nochmal spezifiziert durch einen Menschen, durch einen Analyst aus unserem Sog. Okay. Und dann gibt es zwar einen Hinweis, Empfehlungshinweise, Handlungsempfehlungen zum Beispiel, wie der Kunt soll vorgehen, um sein System entweder zu übern oder aber zu härten. Okay. Also auch wenn ich jetzt denke, und eben nicht die Fachkräfte bei sich hat, wie du vorhin erklärt hast, weil sie schwierig zu finden sind, sehr teuer sind, kommt er von den Experten vom Sog, von Kaspersky sozusagen, die Hinweise über, was er dann soll machen und das können dann seine Leute dort auch umsetzen, laut den Reportings, die sie dann bekommen. Genau. Und sie kommen also gerade bei XDA sehr, sehr konkrete Handlungsempfehlungen über. Und wir sagen, wir haben das und das erkennt. Es handelt sich um die Herkunft, das macht die Schatzsoftware in deinem System hinein und wir empfehlen jetzt diese und diese Schritte. Es gibt auch die Möglichkeit, Ask the Analyst, also für Unternehmen, die eine gewisse eigene Expertise im Haus haben, aber nicht ganz sicher sind, ob die ausreicht, dann kann man unsere Sog-Analysten nachfragen, wenn man das Paket, Ask the Analyst, gebuchet hat. Okay. Also ist Kaspersky wirklich eigentlich durch die ganze Palette für den Kunden da, wenn sie Hilfe brauchen, egal in welchem Flavor wie du gesagt hast, jetzt auch immer, oder? Um vielleicht zurückzukommen, was ich noch spannend fand, du hast vorhin Datenfeeds erwähnt, die man bei euch beziehen kann. Das sind ja, ich sage jetzt mal, immer die aktuellen Bedrohungslagen, die Kaspersky gekannt hat, dass ich als Kunde die auch bei mir einspielen kann. Und von denen gibt es ja ganz viele verschiedene. Es gibt auch Open-Source-Quellen, also ich sage jetzt mal von einem Bund, oder wo auch immer, wo ich die auch teilweise kostenlos beziehen kann. Jetzt muss es doch einen Grund geben, warum man auch Geld in die Hand nimmt, um solche von Kaspersky beispielsweise zu kaufen. Was ist denn dort der Vorteil bei euch? Es ist so, dass Kaspersky als weltweit agierendes Unternehmen natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, auch die Sonden weltweit draussen zu haben und die Erkenntnisse zu sammeln. Also wir sind nicht beschränkt auf die Schweiz, auf Europa oder auf andere Regionen von der Welt, sondern wir haben wirklich die globale Sicht. Und wir haben die Analysten, die das in den Kontext bringen können. Zum Beispiel URL, die irgendwo auf der Welt als Malicious erkannt worden sind. Die kannst du dann in deinem System in meinen Bloggen. Du hast den Bund erwähnt, das ist sehr spannend, weil selbstverständlich auch der Bund eigene Quellen hat, aber eine Quelle zukauft. Okay. Und korreliert. Und wenn du jetzt zur kritischen Infrastruktur gehörst, dann wirst du beim NCSC in dieser Gruppe kritische Infrastruktur deinen Platz haben und regelmässig informiert werden. Und da wird es auch eine Kenntnis von uns mit dabei haben. Du hast vorhin erwähnt, dass eben Partner ja auch ihre Expertisen haben, die sie ihren Endkunden anbieten. Das Schlagwort ist eben das MSP, das Managed Service Provider. Da gibt es ja von Kaspersky auch Lösungen oder ich sage jetzt mal ein Programm, um diesen MSP zu helfen. Kannst du dort ein bisschen etwas erzählen, wie das bei Kaspersky läuft mit dem MSP-Programm? Es ist ein Programm, richtig und nicht eine Lösung. Kein Produkt, sondern eine Möglichkeit, wie ich Services, Dienstleistungen oder zum Beispiel Endpoint Security kann einkaufen. Ich will unterscheiden zwischen denen, die Managed Services an ihre Kunden bringen, auch angereichert. Da haben wir mehrere Partner, die unsere Threat Intelligence Feeds, Reports verwendet und dann eben vielleicht auch eine zweite oder dritte Quelle haben, korrelieren und ihren Kunden Managed Security Services verkaufen. Das geht auch über Threat Intelligence aus. Da kann es Managed Firewalls dabei haben, da kann es irgendetwas dabei haben. Das ist die eine Gruppierung. Die beziehen bei uns die Module, die für sie spannend sind, die sie ihren Kunden weiterverkaufen können. Dann gibt es die MSP-Partner, die zum Beispiel Endpoint-Lizenzenzen im MSP-Modell anbieten. Das bietet dem Endkunden die enorme Möglichkeit und Flexibilität, dass sie quasi monatlich die Mengen anpassen können. Als Beispiel. Oder auch sagen, ich will ein Modul mehr auf den nächsten Monat. Und das kann man monatlich abgerechnet haben oder jährlich. Das ist einfach eine Möglichkeit, enorm flexibel zu sein. Ich denke, Endkundenunternehmen, die in einem Wachstum oder in einem Aufsplit-Modus sind, die nicht genau wissen, wohin es geht, dass sie nicht ein Jahr, zwei oder drei Jahre vorausplanen wollen, sondern auf monatlicher Basis sagen, ich brauche 2000 Lizenzen mehr oder ich brauche 500 weniger. Kann man das machen? Okay. Ja, es ist eigentlich wie im privaten Leben auch, wo man mittlerweile alles auf Abo Basis macht, Multimedia und so weiter. Es ist spannend, zu sehen, dass Kaspersky entgegen von gewissen Meinungen vielleicht natürlich viel, viel mehr ist als ein Antivirus-Hersteller. Wie man sieht, ein sehr breites Portfolio. Ich würde sagen, wo man komplett Bedürfnisse 6-Enterprise, aber auch kleinere Kunden decken kann. Die letzte Frage von mir wäre wie sieht es beim Endkund aus, was die Finanzpolitik angeht? Es gibt natürlich Kunden, die Restriktionen haben in den CAPEX oder OPEX und das MSP-Modell hilft natürlich Zubei, dass wenn ich Kapital nicht festbinden also ich darf nicht kaufen, dann kann ich einen Service beziehen. Denn der Service wird über andere Schienen abgerechnet. Die OPEX-CAPEX-Überlegung wird sich jeder Finanzler machen in einem Unternehmen und da hat man auch eine weiter Flexibilität. Sowohl für die Einkunft wie auch für den Partner. Wenn er sieht, dass feste Investments nicht möglich sind, der Kunde aber gleiches Bedürfnis hat, dass man es über einen Service abhandeln. Tipptopp. Wunderbar. Danke vielmals für das Gespräch, René. Schön mit dir den Austausch zu haben und den Einblick in die Kaspersky-Welt zu bekommen mit Threat Intelligence und MSP. Danke, dass du die Zeit genommen und schönen Tag. Immer gerne. Das wünsche ich dir auch. Merci Luca. Danke.